Ja, wuhu Leute, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Mario Kart 8, du lächst auf der Nintendo Switch im Booster Pack. Jawohl, die neuen Strecken sind da, wir fahren heute den zweiten Cup, der seit dem 17. oder 18. freigeschaltet wurde. Für 25 Euro oder ihr habt die Mitgliedschaft Plus, Online Plus, dann ist das Ganze da mit drin in der DLC, dann könnt ihr den zocken online, so wie offline hier, so wie ich das jetzt mache hier. Wir starten mit 150 im zweiten Cup, in den letzten anderen Streams haben wir 150, die spiegelt uns 200 jeweils vom ersten Cup gemacht. Wir fahren mit Peach, so, wir drücken einmal nach oben, dann kommen die neuen Strecken, hier, wir haben Görlena, Kobo Cup und Glückskatzen Cup, habe ich schon einmal probiert. Ich bin am Ende noch dritter geworden von dem letzten Rennen. Schade Leute, hat nicht geklappt, ist jetzt der zweite Versuch. Die anderen Strecken werden im Laufe des Jahres, beziehungsweise des nächsten Jahres freigeschaltet. Okay, wir starten mit dem Glückskatzen Cup, ich wünsche ganz viel Spaß und auf die geht's. So ihr Lieben, da sind wir, Tokio Tempo Tour von Mobile, ach von Mario Kart Tour, der Mobile Version. Jawohl, und in einer Sache nochmal ganz kurz, wenn ihr euch die Dernzieher fitfertig macht, könnt ihr gerne ein Drämmchen da lassen und ein kostenloses Abonnement. Oh, ein kostenloses Abo, Leute. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß. Start ein bisschen, äh, ein bisschen in die Hose, Young. Na ja, Cody, geh weg. Ah ha! Ah ha! Ganz fetzige Musik, wa? Oh. Die Bombe hat mir jetzt natürlich verschenkt. Oh, wir haben noch einer. Oh, die haben wir gekochen. Den alten Racker. Und wir haben's. Fliegen ins Ziel mit Peach. I won. Jawohl, Peach. Du hast gewonnen. Bedanke dich mit Küsschen an alle Fans. Ab zum nächsten Rennen. So, da sind wir. Filz-Pass vom Nintendo DS. I'm on Prime, Leute. Let's go. Die Yoshis freuen sich. Mau, mau. Und ein paar Toots stehen da oben rum. Boah, direkt rein ins Auto. Ja, nimmt natürlich genau die... Ah. What? Kandal. Kandal. Da kann man viel mit Boost machen. So, eine Runde noch. Wir haben einen ganz okayischen Vorsprung, würde ich mal sagen. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh, der ist jetzt mies. Hier, kurz vorm Ziel. Aber wir haben so viel Vorsprung gehabt. Tadet uns nicht. Sehr schön. Nächster Rennen, bitte. Okay. Die Wolkenpiste vom GBA. Die sieht ja auch ganz cool aus, weil die Wolken haben so einen kleinen Effekt noch. Das ist nämlich auf den alten Mario Kart 8-Lyx-Strecken, diese Wolkenstraße, da ist das nicht so. Die Wolkenpiste vom GBA. Die Wolkenpiste vom GBA. Wah, das ist schon wieder gut. Donkey ist ja ein Schlimmisch. Hinter uns. So viel Vorsprung haben wir gar nicht. Nein, die Banane. Nein. Oh, Donkey, geh weg. Wow. Eieieiei, das ist aber eine knappe Kiste. Egal, wir haben es. Let's go, dritte Renn, dritter Sieg. Erster Sieg, wollte ich sagen. Natürlich, totaler Quatsch. Ich bin auf einer Banke. So, ab zur letzten Strecke. So, da sind wir im Ninja-Dojo. Im Ninja-Dojo. Das gibt es anscheinend noch nie. Also gab es auf keinem anderen System. Der steht nicht da. Die Strecke ist so ein bisschen... Hat so ein bisschen... Ein bisschen seltsam, weil es keine richtige Strecke gibt. Gibt's? Bin ich? Hey, warum? Habe ich jetzt nicht verstanden, warum wir gar nicht rüber konnten. Weg mit dir. Weg mit dir. Also viel Vorsprung haben wir jetzt hier nicht. Wow! Und ich weiß nicht. Weiß nicht. Und ich weiß nicht. bei Kmaulen lang und die Ani Nehmer mach doch den Tomo aber reicht, Leute jawohl erster Platz bei dieser verrückten Strecke also die ist echt irgendwie die muss ich noch ins Firma fahren dass die so richtig drin ist irgendwie crazy nun gut, wir gehen zur Siegerehrung, Leute wir holen uns die Medaille ab und den Goldpokal so, da ist das Ding die Goldmedaille noch ein paar Bilder hier ein paar Eindrücke von den Rennen die sehen eigentlich immer ganz nett aus hier, finde ich, die Wiederholung erster, 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 erster das war das Ziel im Glückskatzen Cup wenn es euch gefallen hat ich würde gerne ein Dörmchen da lassen und auch ein Abo dann verpasst du auch kein Video mehr wenn dann die Glocke läutet ist da aber selber da ist der Pokal I'm on Fry sieht aus wie immer vielen, vielen Dank für's Zusehen schön, dass ihr dabei wart ich wünsche euch was passt auf euch auf bleibt gesund und wie gesagt wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Däumchen da wir sehen uns in einem nächsten Video oder in einem Stream bis denn dann macht der Dude bleibt gesund passt auf euch auf und habt ganz viel Spaß bis denn dann bye bye ciao